In diesem Erklärvideo zeige ich euch, wie ihr verschiedene Signale in Rockwell anlegt und richtig konfiguriert, damit sie auch auf der Modellbahnanlage richtig geschaltet werden. Wie ihr Rockwell mit einer Zentrale wie der Märklin Central Station 3 verbinden könnt, findet ihr bereits in einem anderen Erklärvideo. Als erstes müsst ihr das gewünschte Signal zum Rockwell-Gleisplan hinzufügen. Dafür geht ihr unter dem Reiter Gleisplan auf Plan bearbeiten. Im neuen Fenster Symbole hinzufügen gibt es unter Signale viele verschiedene Signaltypen. Einer der wichtigsten ist hier das Hauptsignal. Dieses wird einfach mittels Drag & Drop auf dem Gleisplan an der gewünschten Position abgelegt. Ebenfalls häufig verwendet wird das Gleissperr-Signal, aber auch ein Vorsignal kann dargestellt werden. Im Modell noch nicht so häufig zu finden ist das Zwerg-Signal. Und zum Schluss noch einmal ein Hauptsignal, diesmal aber mit drei Begriffen, das heißt drei mögliche Schaltstellungen. Zum Beispiel Halt, Fahrt und Langsamfahrt. Ja und jetzt verlassen wir wieder die Bearbeitung des Gleisplans mit dem Klicken auf den Reiter Gleisplan und dann Bedienung. Arbeiten wir uns nun von links nach rechts durch. Um ein Signal jetzt einzurichten, öffnet ihr das Kontextmenü des Signals. Das funktioniert einfach mit einem Klicken der rechten Maustaste. Unter Eigenschaften kommt ihr dann in die Einstellungen. Unter Kennung wird dann der Name eures Signals eingetragen. Zum Beispiel S1 für Signal 1. Der Rest kann hier eigentlich so eingestellt bleiben. Falls aber ein Vorsignal am Mast eines Hauptsignals montiert ist, kann unter Vorsignal bei rotem Hauptsignal Dunkeltasten ein bereits angelegtes Vorsignal aus dem Dropdown-Menü ausgewählt werden. Unter dem Reiter Schnittstelle wird dann die Adresse vergeben. Die Adressvergabe besteht aus Adresse und Port. Rockwell rechnet in Modulen. Am besten kann man sich das mit einem Märklin M84 Modul vorstellen. An diesen kann man vier Hobby-Signale anschließen. Das erste Modul hat also die Adresse 1. Und das erste Signal an diesem den Port 1. Das vierte Signal hätte den Port 4. Um die Adresse 7 einzustellen, wäre es dann das zweite Modul, also Adresse 2, und der dritte Ausgang, also Port 3. Ein dreibegriffiges Signal belegt zwei Adressen, da jede Adresse nur maximal zwei Stellungen schalten kann. Da dieses Signal jetzt aber drei Stellungen braucht, sind es zwei Adressen. Unter rot und grün wird dann der jeweilige Ausgang dieser Adresse ausgewählt. Für die Stellung gelb, also langsam fahrt, wird dann der nachfolgende Port eingestellt. Und hier dann entweder rot oder grün. Bei der Einstellung muss man später schauen, ob man rot und grün andersherum einstellen muss. Hier kommt es immer darauf an, wie das Signal angeschlossen wurde. Unter dem Reiter Einzelheiten kann dann noch der Signaltyp oder die Bedeutung festgelegt werden. Wichtig ist hier aber auch die Einstellung Begriffe. Je mehr Stellungen ein Signal haben kann, umso höher muss hier die Zahl sein. So gibt es auch Signale, bei der die Rangierfahrt extra eingestellt werden kann. Na, das war auch schon alles. Die Einstellung kann mit dem Klicken auf OK gespeichert und geschlossen werden. Die Einrichtung eines Vorsignals erfolgt ebenfalls nach diesem Schema. Unter Erkennung tragt ihr wieder den Namen des Vorsignals ein. Unter dem Reiter Schnittstelle wird dann wieder die Adresse vergeben. Das Vorsignal hier hat jetzt nur zwei mögliche Stellungen und läuft unter der Adresse 4. Das heißt also Modul 1, Port 4. Und die Stellung Rot am Anschluss Rot und die Stellung Grün am Anschluss Grün. Mit OK kann die Änderung dann wieder gespeichert werden. Wichtig ist vielleicht noch die Einrichtung eines Sperrsignals. Die Adressierung erfolgt wieder genauso. Das Sperrsignal ist in der Regel zweibegriffig, das heißt wieder nur eine belegte Adresse. Wichtig ist aber unter dem Reiter Einzelheiten die Einstellung Begriffe auf 2 herunterzusetzen. Hier setzt Rockwell standardmäßig ein 3-begriffiges ein. Mit OK kann die Einstellung wieder gespeichert werden. Ja und jetzt könnt ihr schon eure Signale einfach über Rockwell steuern und so die Stellung von Halt auf Fahrt setzen. Und dann wieder von Fahrt auf Halt. Wie ihr noch Weichen, Rückmelder und Blöcke einstellen und Lokomotiven anlegen könnt, zeige ich euch in weiteren Erklärvideos. Viel Spaß beim Nachprogrammieren. Ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video. Ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.